Moin Kinders und herzlich willkommen zurück bei Gollfit zusammen mit dem guten Spielsatz-Fail. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Und bevor wir es wieder vergessen, in Anführungszeichen, äh, 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 ihr könnt natürlich ab jetzt mit dabei sein, äh, einfach eine Nachricht schreiben, äh, gerne in die Kommentare oder per Mail, da schaut ihr dann einfach in die Videobeschreibung von mir oder vom Spielsatz-Fail. Und dann seid ihr irgendwann mal mit dabei. Genau. Wir wollen mit euch spielen und habt keine Angst. Wir wollen euren Ton nicht. Ihr müsst kein Mikro haben, ihr müsst kein YouTuber sein, ihr müsst nicht irgendwas, äh, leisten, sondern wir laden euch einfach nur ein, so wie wir es mit der Nina gemacht haben, die letzten Folgen, die übrigens heute nicht dabei ist, aufgrund technischer Probleme. Aber wer glaubt das schon? Sie hat einfach, äh, Schiss in der Buchse und macht nicht mehr mit. So sieht's aus. Ha, ha, ha. Ach, dem würde ich jetzt zweimal geschlagen haben. Aber trotzdem, wer es mit mir aufnehmen will, ne, der soll sich ruhig trauen. Bisher sind da ja nicht so viele dazugekommen. Vielleicht schaffst du es ja wieder, die Folge. Schauen wir mal. Ich stelle erst mal wieder auf. Achten Mitspieler. Was spielen wir denn heute? Da schauen wir gerade mal. Äh, wo ist denn das? Wo ist denn das? Ähm, das Frozen Fissure? Sprich ich das richtig aus? Ja, du sprichst das sehr richtig aus und ich bin froh, dass du es aussprechen musstest. Es spricht sich eigentlich, wenn man so will, wie der deutsche Fischer, ne? So in der Art. Fischer? Fischer? Ja, schon. Hier, Fisherman's Friend. Ja, genau. Oh, schöne Musik. Also, ich schicke eine Einladung. Das ist gut. Die habe ich angenommen. Sehr gut. Na? Hörst du auch gleich diese schöne Wintermusik? Ja, da bin ich. Oh, die einem schon nach drei Sekunden auf den Keks geht. Bin die Tone. Geht schon mal auch bereit, so. Ja, du hast alles eingestellt. Jetzt haben wir wieder vergessen. Oder ich weiß nicht, ich habe nicht in den Workshop geguckt. Manchmal sind ja da Empfehlungen. Wie man es einstellen soll. Na, siehste. Wir haben schon wieder eine Nummer drei. Jawohl. Gehen schief. Ich glaube, wir fangen einfach an, sobald irgendjemand dazukommt. Bringt ja sonst nichts, oder? Dann drücke ich auch mal auf Breit. Können ja schon froh sein, wenn wir zu dritt sind. Jo. Okay. Dann mal los. Frozen Fischer. Ah, der hat eine Wichtelmütze. Ist das süß. Oh. Darf man ja nicht zu doll machen. Schwuppdiwupp. Ja, ist klar, ne? Ha. Hole in one, Olli. Ja, nicht mal das klappt hier. Also, Kinder, noch liege ich vorne. Mal schauen, wie das wird. Mann, also ich hab das Gefühl, ich hab mein, meine Stärke hat sich verstellt. Oder hab ich echt so das Gefühl verloren? Vielleicht beides? Vielleicht beides? Vielleicht beides. So schwer ist ja der Kurs jetzt nicht. Da muss man sich wirklich nicht anstellen. Oh ja, gut. Was? Da hat's eine Abkürzung gegeben? Ja, ich hab mich auch grad gewundert. Ja, ein süßes Mützchen. Passt auch zum Eisthema hier, ein Wichtelmützchen. Ja. Das ist voll süß. Rollt der etwa noch? Der liegt doch. Ich weiß nicht. Ja, mach ich nicht mehr so. Oder Chief. Chief Duty. Also, für diese Strecke in einer Abkürzung, ich weiß ja nicht. Ja, ne? Da haut aber auch nicht wenig drauf. Ha. Ja. Gott, du warst aber auch wieder gut. Wir waren alle nicht schlecht. Aber Feuerwein. Ui, ui, ui. Naja, ich fürchte, du machst es mir wieder nicht leicht. What? Wohin? Äh. So, einfach nur da hoch. Äh, das war klar. Upsala. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich bin in so eine Scheiß-Ecke rein. Ich hab das sowas von super dosiert. Scheinbar ja nicht. Das klappt natürlich jetzt nicht mehr. Darf ich hier liegen bleiben? Jawohl. Ah, shit. Kann nicht mehr. Ja, doch. Ich kann wirklich nicht mehr. Guck dir das in meinem Video an. Das ist echt ne Scheiße hier. Ich komm mal zu dir. Da fällt einem nichts zu ein. Ich bin grad an diesem Stein abgeprallt. Und du bist drin, ja? Ja. Und wieder, also zum dritten Mal runtergeflogen. Ah, toll. Das kann echt nicht wahr sein. Ups. Leckt mich doch alle. Was ist denn hier los? Ach, Mensch. Mensch. Was kann man doch nicht zeigen? Das ist nicht wahr. Neun Schläge. Das gibt's doch nicht. Diese Musik macht mir irgendwie Lust darauf, zum Eiswagen zu lauern. War grad die Zeit rum oder was ist hier passiert? Ich hatte so viele Schläge. Was machen wir denn hier draus? Neun, ne? Ja, nee. Er hat mir irgendwie 13 gegeben oder sowas. Also wenn ich Tab drücke, hast du neun. Ach so, ich hab auf die Gesamtzahl geguckt. So ein Quatsch. Ähm. Tja. Hä? Was? Ach da, um die Ecke. Upsa. Hallo. Ah ja, jetzt seh ich's auch erst. Das ist aber sehr schwer zu entdecken. Ja. Ups weg. Gemein. Nein. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als sich ranzutasten. Kannst nicht direkt treffen, ne? Ich, nicht wirklich. Ich versuch's über Bande, aber das ist nicht einfach, weil die Steine so unregelmäßig sind. Vor allen Dingen kann man hier schlecht was sehen. Ja, die Steine, genau. Die sind, jetzt liegst du wieder am Rand. Sag mal, denk doch auch mal an den Zuschauer. Ich kann hier überhaupt nicht vernünftig... Meine Zuschauer sind gut. Ich kann nichts sehen. Das ist ja die Hauptsache. Na, na, ja doch. Nein. Na, na. Okay, sieben. Ja. Dammit. Na ja, noch nicht wirklich. Oh, hey. Jetzt bin ich auch noch hinten. Also ganz hinten. Sag mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin so schlecht. Das gibt's doch gar nicht. Hallo, Chief. Hallo, Oli. Tschüss, Oli. Das kann nicht wahr sein. Wie kann ich denn so eine Unglückssträhne haben hier? Das ist doch... Passiert. Aber auch irgendwie nur noch, habe ich das Gefühl. Sünde. Sünde. Diese Musik ist so schön. Die gibt mir auch noch den Rest, sage ich dir. So. Jetzt will ich zum Eiswagen gehen und mir was kaufen. Ja, das stimmt allerdings. Ach, hei. Das könnte klappen. Oh, das war zu viel. Oh, wo soll denn das hingehen hier? Hä? Upsala. Ich bin an einer Fahne, aber das hilft mir, glaube ich, nicht viel. Ich bin sogar drin. Nein, hole in one. Wie habe ich das denn geschafft? Da ist ganz unten eine Fahne. Da bin ich irgendwie gelandet. Ja, da. Dann war das doch richtig. Das ist doch die alte Strecke. Dachte ich auch, dass das irgendwie schon bekannt wäre, aber es hat gezählt. Hä? Du bist wieder hochgesetzt worden? Ja. Dann habe ich irgendwie vielleicht einen Bug genutzt. Das ist möglich. Ich glaube, jetzt da ist die Fahne. Ja, das kann auch sein. Hä? Das verwirrt mich. Bisschen. Ja, das ist die Fahne. Ja, der Pfeil zeigt ja auch hin. Verrückt. So. Ich war aber definitiv in einer anderen. Komisch. Das hat aber funktioniert. Oh. Okay. Ah. Cheap. Der ist auf einmal so gut. Oh, bitte wie? Wo soll es denn da landen? Rollhack. Ich sehe überhaupt nichts. Das war nicht ganz... Soll man damit Schwung hoch an die Zielscheibe vielleicht? Ich glaube... Ach, das war ja viel zu wenig Schwung. Ne, aber man kommt auch so an. Das hat nichts mit der Zielscheibe zu tun. Hallo. So. Ah, nein. Ah, doch. Jo. Tchuh. Okay. Hä? Wie war das denn jetzt möglich? Was? Warum bin ich wieder hinten? Ich habe doch gar nicht so viel gebraucht gerade. What? Auch gedacht. Was nimmt er denn für eine Abkürzung? Bringt die was? Bestimmt. Das klappt doch garantiert nicht. Das hatte ich mir auch so gedacht. Nein. Zu doll. Würdest du bitte liegen bleiben? Bitte. Geh doch. Ah, diesen Scheiß hier zu dosieren. Ey, das ist so schwer. Ja. Come on. Jetzt bin ich schon mal drauf. Nein, 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 nein. Nicht wieder da runter. Ach, da ist ja schon die Fahne. Okay. So. Okay, hat funktioniert. Mit fünf. Viel zu lange gedauert. Hat er auch fünf. Hä? Jo, dann einfach mal blind rein. Aha. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Moment. Ah, ja, doch. Juh. Okay. Könnte gehen. Könnte. Ah. Oh, gemein. Dreimal rum. Ja. Aber das bedeutet, glaube ich, dass wir jetzt gleich auf sind. Das ist möglich. Ja. Jo. Vielleicht sollten wir unsere Kräfte einfach vereinen und gegen ihn kämpfen. Aber viel kann man da ja nicht ausmachen. Hm. Was? Ah, der kennt die Strecke doch. Ich wäre jetzt da oben irgendwo lang. Ich auch, aber das ist halt... Das ist tatsächlich die Absatzung. Ja. Doch, doch. Das ist gar nicht... Um Gottes Willen. Gar nicht blöd. Ja, aber das muss man auch erstmal dosiert kriegen. Geschafft. Ja. Oh, schön. Der war jetzt... Der ist glücklich gelaufen, ja. Jetzt legst du wieder vor mir. Hahaha. Erstmal drauf. Ja. Hab ich mir auch so gedacht... Äh? Wie soll man runter? Okay. Da. Okay. Ach, da hin. Oh Gott. Shit. Kollidiert. Mann. Was soll denn die Rampe hier? Da muss man aber ganz schön draufhauen, damit das hier was wird. Upsala. Ich nehme keine Abkürzung. Mann. Chance ungenutzt gelassen. Kann ja nicht wahr sein. Bist du an der Abkürzung vorbei? Fuck. 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 Ey. Man macht zu doll, wenn man nicht zu doll machen darf. Und umgekehrt. Ja. Das ist doch alles nicht wahr. So. Ja, Abkürzung voll verplant, ey. Sag ich dir. Wie ewig dauert denn das hier? Da hinten ist die Fahne. Oh Gott. Guck. Ja, da. Die hier. Rucki zucki. Acht. Bäh. Ich glaube, ich hatte sieben. Ja. Bis in die Inendlichkeit. Das ist eine Rampe, die ich nicht verstehe. Oh je. Dann hat er fast. Uhu. Tettelbeiner. Nicht zur Seite rüber. Ja, das wäre schön gewesen, wenn man da noch rüber gesprungen wäre. Oh Mann. Da kam auf einmal einer von Roman. Nein, 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 nein. Stopp. Nein. Ich will die Abkürzung angucken. Von hier? Wie soll man denn da hin? Ach so. Stop it. Stop it now. Das war schlecht. Jetzt dürftest du wieder. Ah, gleich auf. Okay. Oh, hier ist ein Loch. Direkt. Ich ziehe die Chance auf eine Abkürzung. Ja. Die ist schwer. Du hast es doch mit deinem Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das sage ich immer, aber dann klappt es ja nicht. Ich bin wieder über das Sieben ausgeschossen. Das muss man in zwei Zügen machen. Na komm schon. Okay, da verballert man aber auch viel, um da reinzukommen. Aber gut. Ich bin jetzt wenigstens unten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. Nein. Ah, ich sehe dich von hier oben. Ich muss noch einen vierten machen. Oh. Na gut. Ich bin jetzt schon bei vier. Oh, du machst die große Rutsche hier jetzt. Das sieht man nur bei mir. Was sieht man bei dir? Die große Rutsche. Ach so, na ja, bei mir jetzt auch gerade. Ich gucke dir ja zu. Ach stimmt, du bist da drin. Na gut. Sieben. Das hat mir ein paar Chancen gegeben, aber es ist noch lange nichts entschieden hier. Oh. Wo wollen wir denn hin? Ja, mal drauf. Ach so, na klar. Oh, warte. Oh, das hat sogar irgendwie geklappt. Ach, du bist auch schon da? Jupp. Na gut. Das war eine tolle Strecke. Drei. Wenn du das mal nicht unterboten hast. Ne, drei. Beide drei. Ach, hei. Ich gehe links. Warte. Ich gehe rechts. Nein. Oh. Shit. Gibt es hier noch Alternativen oder wird man zurückgeworfen? Oh, jetzt darf ich das hier fünfmal machen, bis ich genug Strecke habe. Boah. Ja, doch. Hat geklappt. Komm schon. Juhu. So, wo ist sie denn? Sie ist drin. Juhu. Jetzt. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Für einen kurzen Moment, ja. Ups. Ach, du Kacke. Da muss man von dem Stein hochprallen. Das ist ja auch eine schöne Freude. Klunk. Oh. Na gut. Ja, okay. Das klappt leider nicht in einem Zug. Nein. Ah, so knapp. Aber in zwei. Nein. Na gut. Aber zum Ende hin ist natürlich jeder Zug entscheidend. Ja. Jetzt musst du schon ordentlich daneben hauen. Hupsala. Äh, einfach da runter. Ich weiß nicht. Dahinter ist ein blauer Pilz. Ja. Ach, ich sehe es schon durch die Map durch. Hui. Äh. Wow. Hui. Jetzt auch noch durch den Trank durch. Ja, durch den Teleporter. Ja, durch den Teleporter. Ey, der schießt mich hier fast weg. Jetzt, wo es drauf ankommt. Ups. Erste. Ja, ich schätze mal, dafür brauche ich jetzt keine fünf Züge mehr. Ah, schade rein. Ah, gut. 71. Aber ich habe auch geflucht in dieser Folge. Also das war nicht immer schön. Ich brauche mal wieder einen Sieg. Hab doch erst 21. 21. Klar. Ich verstehe. Den hast du bitte. Ich verspreche, dass ich auch aufhöre, das zu erwähnen. Das ist ja gemein. Ähm. Nee, aber dafür, dass er den Kurs schon, ich behaupte, der kannte den Kurs schon. War eigentlich noch in Reichweite, sag ich mal. Ja, schon. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hier einmal fünf, dann sechs, zwischendurch vier, wieder mal sechs, fünf. Achso, ich bin schon raus. Hast du noch das Leaderboard an? Ja, ich finde die Musik so toll. Ich mag die. Ich bin am Hauptmenü. Ich werde dir jetzt mal folgen. Ciao, ciao, Musik. Ich brauche noch jemanden, der die Up-Mod macht. Jawohl, das werden wir dann auch zugleich tun. Nachdem ich kurz gesagt habe, dass ich die Map wieder sehr schön fand. Die hat echt Spaß gemacht. Ja, Eis war mal wieder was. Ja, die Musik war toll. Die ist super. Bevor es jetzt Frühling wird, haben wir nochmal eine Eis-Map gemacht. Ja. Ich fand die gut. Also, Gennas. Ich fand sie durchwachsen. Dann würde ich meinen, sieh wir uns. Ja? Ja. Naja, hängt immer vom Erfolg ab bei mir. Ja, gut, okay. Nein, sie war schon gut. Fand ich auch. Ja. Okay, gut. Dann würde ich meinen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und denkt dran, einfach irgendwie zu schreiben, falls ihr mitspielen wollt. Und bis dahin. Bis wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Reusbar.